Ja, dann muss jetzt nur noch gestartet werden. Ja, sofort. Ich habe nur eben kurz geisthafte Stimmung in meine Bruder gemacht. So, der Geist zeigt hier und reagiert aus Einzelpersonen. Ah, für zwölf den Tag. Hallo, Dark. Mein Fuß ist eingepennt. Scheiße. Ah, okay. Ich muss in den Keller. Oh, scheiße. Ich muss in den Keller. Oh, scheiße. Wenn du da mal wieder so ein Pentagramm da unten siehst, lass die Finger davon. Aber, aber, aber. Nix aber. Aber, aber. Nein, Sven. Dann mach ihn an, wenn Dori unten ist. Aber Dark, mir auch egal. Okay. Wer von euch will dann mitkommen? Alle gehen so weg hier. Alle gehen so weg hier. Das gilt auch für. Heute werden keine Dämonen beschworen. Das gilt. Wenn der Dämon kommt, mäh. Und der Yorju oder was das war. Die sind genauso schlimm. Der Yorrei ist schlimmer als der Dämon. Oh. Ich sollte auch Taschenlampe anmachen. Ja, aber, Dori. Na. Ja, ha, 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 ha. Ich, 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 ich. Ich, ich, ich. Quietscher-Brett oder, oder? Was ist das? Oh. Oh mein Gott. Oh. Mit Kerzen auch noch. Warum musst du das predikten? Klaus. Ich predikte das nicht. Ich sehe sowas schon voraus. Jetzt schon Daxi wird schon so. Wild und Gestronpass. Jetzt sind eh gar nichts. Hier in der Küche riechen Knochen? Glaub ich, ist das. Ich glaube, der ist hier beim Baby. Unter 10 Grad, gleich unter 5 Grad. Und ich sehe einen Handabdruck. Wer hat die Kamera? Da geht's. Schreibe, hier ist kein Handabdruck. Oder spricht mit uns. Hey, ich sehe den doch klar und deutlich. Guck mal, ich sehe mich. Mach mal die Taschenlampe aus. Halt. Doch, ich sehe ihn. Ich sehe ihn jetzt. Hoch, hoch, hoch. UV-Licht nach oben. Hä? Hast du? Äh, Klaus, der ist hier, äh, genau in der Mitte von der Tür. Ich bin nicht da mit der Foto. Schreib denn zu. Ja, aber ich dachte, du, du suchst den noch, den, den Handabdruck. Ich dachte, ich werde schon bekloppt. Ich dachte, du wirst das schon längst. Ich dachte, ich habe auch gerade gesehen. Ach, falsche Seite. Schreib ins Buch. Ich hole mal Streichhölzer. Ja. Okay, die Kerze habe ich schon. Du im Aufnussreichhölzer. Sollte man denn so krieg kein Siebel zu? Mein voller Ernst, kann schief gehen? Ähm, ja. Du kannst dir ja dann auch noch anfangen. So. 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 ich bin am ende ich muss es beenden es war schön mit euch es war schön mit euch Sven, bist du noch am Leben? Ne Sind wir noch zehn? Ich habe den Preis aktiviert und bin raus da. Aber er hat mich halt nicht gejagt, weil er mich nicht gesehen hat. Du hast gesehen, wie lange er gejagt hat. Wie hätte ich dem entkommen sollen durch das ganze Gebäude? Herror, meine Sanity, Alter. Ich sag doch, ich bin am Ende. Aber hey, ich habe das Crucifix ausgelöst. Ja, hast du. Gerade wo du unten hast, glaube ich, der Dienst gemacht hast, glaube ich, der Pentagramm-Dings. Ja. Ich konnte es dir durch den Audio-Sensor hören, wie es angezündet war. Ja. Warte, warte mal kurz. Moment, Moment. Eine Sache machen wir schnell. Gib mir die Kamera her, bitte. Fotokamera, bitte. Ja, ich muss kurz gucken, wie ich es habe jetzt. Ja, gib mir einen Moment. Was hast du vor? Ja, welches Foto haben wir noch nicht geschossen jetzt, weil es gerade ausfällt? Was meinst du, mit welchem Foto haben wir noch nicht geschossen? Alter, was war das? Ich habe keine Ahnung. Er hat geatmet. Das war ein Asthmaanfall am feinsten, halt. Das hört ihr jetzt erst, ich habe das vorhin schon gesagt. Also wo du zum Beispiel uns, glaube ich, den Dings angemacht hast. Lebt Klaus noch? Nein. Klaus ist tot. Nein, Klaus ist tot. Ich würde ja sagen, ich mache ein Foto, aber... Wer schmeißt sich die Sanity ein und macht Foto von Klaus? Ich weiß ja nicht mal, wo er gestorben ist. Das ist ja das Problem. Oder ich schmeiß mir zwei rein. Ja, nimm zwei. DARK! DARK, du hast 50 Prozent, komm da raus! Aber ich wüsste jetzt halt gerne, was Klaus jetzt machen wollte. Ich habe keine Ahnung. Er spielt mit seinem Bällchen hier rum. Ne, was ist das? Wo liegt Klaus? Ich wollte gerade sagen, pack das da rum oder was? Gib mir mal die Kamera. Ich habe keine Kamera. Ich glaube, er möchte dir gerne den Weg zeigen, wo er gestorben ist. Ansonsten kann ich mir das auch nicht erklären. Soll ich mitkommen? Okay, glaube ich. Soll ich mitkommen? Also, wir sind hier raus. Klaus, ich hab dir aus den Augen verloren. Er wurde eingeschrankt. Guckt mal auf der Pinnwand, dann seht ihr es. Er wurde übelst in den Schrank genommen. Er wollte halt mit dem Kopf durch die Wand. Warte, warte, warte. Was willst du denn jetzt machen? Ich gucke mal. Ja, ich hab einen gelockt. Sag, du auch? Ja, hab einen gelockt. Okay. Dann abmachst du noch? Ja. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, der hat dich aber übelst geraped. Ja, super ey. Dein Kopf war durch die Wand. Ja, hab ich gesehen. Ich denk nur, scheiße, du gehst da hin, ey. Ich war gerade an der Haustür, aber da geht die Tür vor meine Ferse zurück. Ich denk nur, Fickchen. Was ist das denn zum Scheiße? Aber hast du ein Foto vom Kreuz gemacht, Jan, oder? Ja, hab ich. Ist ja, hab ich noch gesehen, der in der Pinnwand war da drin. Geno macht den Schrank zurück, öffnet sich die Schranke und dann steht der Geist noch vor mir und ich dachte nur, er sagt er noch zu mir. Das hab ich auch noch nie gehört, ganz ehrlich. Ähm. Oh, ein Missgeburt, ey. Äh, warte mal, Edgfried, ne? Denk ich mal. Oh, guck mal, hier. Videokamera. Klaus. Ja, aber guck mal, bei mir, hier, also auf der, an der Liste haben wir jetzt. Uh, uh, ich muss gleich mal checken. Hm. Wir sehen mal schon, wie die ist. Are you ready? Ui, 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 ui. Apropa ready. Ah. Darf, was ist? Sven.